der Linzer ein. Kotzian wird diesen Freistoß treten. Und passen Sie auf den Strafraum der Linzer auf. Otto Konrad schießt das 1 zu 1 in der Schlussminute. Der Torhüter der Salzburg. Und wir haben nachgeblättert in unseren Archiven. Es hat bisher in einem Meisterspiel der obersten Spielgasse noch kein Torhüter aus dem Spiel heraus ein Tor erzielt. Auch nicht in Deutschland, wie wir nachgeblättert haben. 1 zu 1 durch Otto Konrad. Und das ist auch der Endstand in Linz.